Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan, das so teuer begehrt, dass ihr euch möchte sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhöre, und wenn du dir mal einst nicht bekehrest, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir in das Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrae, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen. Ihr, den du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennenlässt. Und er sprach zu ihnen, so oft ich euch gesandt habe, ohne Beutel, ohne Taschen und ohne Schuhe, Habet ihr auch jemals Mangel gehabt? Sie sprachen, nie keinen, 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 nie keinen. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Beutel hat, dir nehme ich deselbigen Gleichen auf die Tasche. Wer aber nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwirt. Denn ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen aber, Herr, Sie, wir sind zwei Schwirt. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden. Und ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden.